Schönen guten Abend. Ich begrüße euch zu einem weiteren Aussitzen Deluxe. Und heute sind wir, wir haben ein Konzert aufgenommen am 15.8. im Weltclub Dresden mit der Band Amaryllis. Straßenmusiker, die in Dresden ihr Kleingeld verdienen auf diese Art. Und sie waren zu Gast im Weltclub. Und wir haben das Konzert mitgeschnitten und wir haben einige Interviews gemacht. Und davon gibt es jetzt eine Stunde Aussitzen Deluxe. Und ich wünsche euch gute Unterhaltung. Und ich wünsche euch, dass ihr es möchtet. Und ich wünsche euch, dass ihr es möchtet. Wo-o-o-o-o-o-o Oh, oh, oh. Oh, 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 oh I think that it's all, I think that it's all I think that it's all Ooh, ooh, ooh Ooh, ooh, ooh Ooh, ooh, ooh Ooh, ooh, ooh I come to you to hold in my heart You say I don't care I say this is what I fear You say don't speak at me Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Musik I give you my heart, give me shit Woo 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 You're a strange one I'm a strange one I don't have you a sweet one I don't have you a sweet one You're a strange one And I'm a strange one I don't have you a sweet one I don't have you a sweet one I give you my heart 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 You give me shit I give you my heart, I give you love I give you my heart, you get me share Ooh, ooh, ooh Ooh, ooh, ooh Ooh, ooh, ooh Ooh, ooh, ooh Ooh, ooh Thank you, thank you So we're going to play a cover song, Wicked Game, I hope you enjoy it We're going to play a cover song, Wicked Game, I hope you enjoy it It wasn't fun 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 It was fun It wasn't 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 fun It was fun It wasn't 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 fun It was fun It wasn't 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 fun Vielen Dank. Guaranteam Corona في كل مكان قل لي كيف نديري أمام نشري كمام Guaranteam Guaranteam الحجر صحي في دورتين تنضصر مفي شديد تفتح فيزة تشوف شانساير ترقى الروح بإخبار حاير كل شي عالكورونا نين خمقونا وحبسونا بديانرو خلونا من الأخير فتونا 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 لأن الكارونا في كل مكان قل لي كيف نديري أمام نشري كمام Guaranteam Guaranteam قل لي كيف نديري أمام قل لي كيف نديري أمام نشري كمام Guaranteam 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 لأن الكارونا في كل مكان قل لي كيف نديري أمام نشري كمام قل لي كيف نديري أمام قل لي كيف نديري أمام قل لي كيف نديري قل لي كيف نديري أمام تأمام Und dann ist eben dieses Better Together auch mit dazu gerufen worden, dass quasi eine Förderung stattfinden würde für Bands, die sich in dem Rahmen bilden. Und da sind wir dann auch mit eingestiegen, genau. Und haben einige Gigs gespielt, unter anderem auch am größten vor der Scheune oder in der Groove Station. Das war auf jeden Fall richtig cool und seitdem machen wir das so. Und seid ihr mehr auf der Straße, Straßenmusik oder schon auch Gigs und in Clubs? Beides auf jeden Fall. Also Straßenmusik ist immer so ein Kanal auf jeden Fall, vor allen Dingen für Mohammed, weil er noch viel mehr auf der Straße ist, ein Kanal für Gigs, sag ich mal. Weil ihn sehen die Leute da halt viel und lernen ihn somit ja auch kennen und seine Musik. Und da kommen auch oft auch immer wieder Angebote an für sowas. Und ihr habt ja sozusagen verschiedene Geschichten auf der Straße erlebt. Mögt ihr mir ein oder zwei Geschichten erzählen? Ja, also ich habe auf jeden Fall die beste Straßenmusikerfahrung war auf jeden Fall in Berlin. Weil, ich sage es mal so, in Dresden ist alles noch ein bisschen strenger, obwohl es da jetzt mittlerweile auch dieses Buchungssystem gibt, wo man auch ordentlich Zeiten kriegt. Das gibt es nirgendwo anders in Deutschland. Aber Berlin ist da irgendwie so extrem offen und man kann einfach überall anfangen zu spielen. Und genau, da waren wir mal ein Wochenende mit der ganzen Band, damals noch mit Keyboardern und Schlagzeugern zusammen in Berlin und haben dort übernachtet. Und ich weiß auf jeden Fall, einen Abend waren wir auf der Warschauer Brücke. Genau. Und da gab es einen Moment, wir haben quasi vor diesem Bahnhof gespielt, vor der Bahnhofstation und da kam ein Zug an. Da sind ziemlich viele Passagiere sogar ausgestiegen und die kamen halt alle aus dem Ausgang raus, wo wir gerade gespielt haben. Und es hat sich sofort eine riesige Traube gebildet. Alle haben mitgetan, es haben mitgemacht. Es haben immer wieder Leute mit uns gesungen. Also das war schon richtig cool. Auf jeden Fall, wenn man merkt, wie offen die Berliner auch sind. Es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und einfach stehen geblieben sind. Genau, auf jeden Fall. Und meine Geschichte, das war hier in Dresden. Das ist in Sylvester. Und ich war singen hier in Altstadt. Und mein Keyboarder Mann spielt mit mir ein Band, Rico. Und es gibt eine junge Frau, die kommt zu mir, wenn ich singe und spiele Gitarre und sie gibt mir einen Kuss hier. Und das war... Das war so... Warst du da überrascht? Ja, ja. Warst du überrascht? Ja, ja, natürlich. Weil ich singe und ich komme. Das ist so... so confused. Was habt ihr heute gespielt? Also was haben wir alles gehört? Also du hast ja erst schon in der Pause mal mit mir gesprochen. Magst du erzählen noch zu den Titeln, die ihr gespielt habt? Also ihr covert ja vor allen Dingen. Ja, ja. Wir haben KV-Songs gespielt. Und unser Song auch. Und Araba-Song auch, ja. Weil es gibt so viele Leute von Araba hier sitzen. Und er mag das. Und ja, es war ein sehr, sehr schöner Schöntag. Und vom Performances und Spielen Gitarre. Und äh... Do you want to tell anything about the songs, like Little Boy, for example? Ja, ja. Wir haben ein Lied. Das ist von... von... von mich? Von mir. Von mir. Von mir. Okay. Entschuldigung, mein Deutsch ist kaputt manchmal. Und ja, das ist von mir. Ja, das heißt Little Boy. Das ist... weil... Weil so hier in unserer Stadt, in Libyen und Irak und Syrien immer Familie tot und so. Weil gibt's so viel Krieg da. Und äh... Gibt's so viele Kinder ohne... ohne Familie. Und diese Lied, ich habe geschrieben von... von dieser Leute, dieser Schilderin. Wann hast du das geschrieben? Hast du das hier? Also hast du das noch in deiner Heimat geschrieben? Oder schon hier? Schon hier, ja. Diese Lied, äh... In deiner Sprache oder in Englisch? In Englisch. In Englisch. Das... äh... Ich habe das Lied gespielt seit zwei Jahren oder drei Jahren, aber... Ich habe nicht gefunden, kurde Melody. Richtig Melody. Und jetzt habe ich eine neue Melody gemacht von diesem... äh... Jackson Text. Und äh... ja. Ich mag das Lied so viel, weil... Ich war mit äh... schlichter... Kinder... äh... Schild. Kinderheit. Kinderheit, ja. Und ähm... also... Magst du noch ein bisschen... mehr darüber? Also wie das... so... Also was ist... also was du damit auch... Also ich höre, dass es dich berührt, wenn du darüber sprichst. Über dieses... ähm... über dieses Lied. Ja, ja. Weil das ist genauso meine Geschichte, weißt du... Nicht äh... richtigste Geschichte, aber genau so. Also sie ist ein bisschen... von dir selber. Ja, ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 iyah our baby visions vi eh nul a debi habibi 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 ja nul a habibi 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 ya nul a sin syck you dank thank you So, can we take a break now? 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 Thank you. Thank you. Hello again. So, we're going to play a couple songs. So, this song is really famous. Let's hit the road, let's hit the road, Jack. Let's sing it in our way. Let's do it. We're going to play a couple songs. Let's do it, let's do it. 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Thank you. Because every little thing is going to be all right. You know what we don't worry about it is. Because every little thing is going to be all right. Rise up this morning, smile with your eyes, it's on. Tree little birds, peach from the door, sing that sweet song. I'm ready to put down the truth. Say, this is my message to you. Don't worry, don't worry about the things. Because every little thing is going to be all right. Don't worry, don't worry about the things. Because every little thing is going to be all right. Rise up this morning, smile with your eyes, it's on. Tree little birds, peach from the door, sing that sweet song. Tree little birds, peach from the door, sing that sweet song. Because every little thing is going to be all right. You know what we don't worry about the things. Because every little thing is going to be all right. Tree little birds, peach from the door, sing that sweet. Ich bin auf, wenn ich, wenn ich in der Zeit von dir was, was zu beenden, wenn ich. Oh, Aisha, Aisha. Ich könnte wahr, Aisha. Aisha. La 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 la, le la, le la, le la 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 la, la 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 la. Like if I had no Massachusetts And I wouldn't believe that I'd ever touch on myself But I wouldn't have anything to say Ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Ich liebe dich, insegue und aube. Und zwar, wird mir mein Leben, und liebe. Ich liebe dich, mein Leben mit ihr. Und ich liebe dich um, dein Leben zu ihr. Ich liebe dich, dein Leben zu ihr. Aisha, Aisha, écoute-moi Aisha, Aisha, na ma fa' La 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 Comme si j'existais pas Elle est passée à côté de moi Sans un regard ne s'abat Je dis Aisha écoute-moi Aisha, Aisha, écoute-moi Ecoute-moi Aisch, Aisch. Vorsicht. graves. Er macht nicht gleich super Angst zu schwer sie ab für dich. J'ai plus z'irrame, z'effrau pour toi Oh, Ayşe, Ayşe, Ecotemo Oh, Ayşe, Ayşe, Mababa Nidbegik, Ayşe, Wubu, Ta'li Hedi, ziyette hayati wuhubbi La, 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 la ,'inti j'umiri' unlike, y'inti, ja, habita'i La, 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 la ihyte, nidabanku Oh, Ayşe... Ayşe, Ayşe, Ecotemo Lala... Ayşe... Loh, Papa Ayşe, Ayşe... Ecotemo Aisha, Aisha, écoutez-moi Aisha, Aisha, t'en vas pas Dankeschön Das war Aussitzen Deluxe mit Amaryllis im Weltclub aufgenommen am 15.08. Ich verabschiede mich. Tschüss